Was in diesem Video passieren wird. Er sagt zum Beispiel Chicken und dann kommt der Nächste dran und wenn es einer Chicken und dann sagt der Nächste so und dann bei Chicken sagt der Nächste zum Beispiel Bauernhof, dann weißt du schon direkt, okay, der weiß nicht, dass es Luciano ist, der hat versucht irgendwie, dass du singst und wenn es der Nächste zum Beispiel Bo 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 oder so sagt, dann weiß man es und dann weiß man, dass er es weiß, da steht dir nicht rein, aber das ist easy, wenn wir das gleich sprechen, man hat natürlich nicht zu auffällige Wörter sagen, so wenn du direkt am Anfang Bo 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 sagst, dann weißt du auch, der Nachteil, Ihr müsst auch die anderen auf die falsche Fährte locken, wer nicht Impostor ist, checkst du? Genau, ja, ich check. Thema ist Fernsehlegend. Was bin ich? Dieter Bohlen. Okay. Okay, höre. Äh, Impostor. Hör, hör. Höre. Dieter Bohlen. Hallo? Dieter Bohlen. Hallo? Dieter Bohlen. Ich sag Öffentlich-Rechtliche. Ähm, Fronten. Fronten. Ich sag Talentshow. Oh, das ist so komisch. Haha, egal, ich sag einfach Talentshow. Leute, was hast du noch gesagt? Öffentlich-Rechtlich. Ja, sing, ich will auch für den Eindruck. Natürlich, nein, natürlich. Aber wenn ich jetzt mal überlege, Öffentlich-Rechtliche. Doch. Was sind für die Öffentlich-Rechtliche? Welche Sender? I, D, Z, D, F, R, T, L und Sat. Oh ja, doch. Okay, okay. Dann Netto-Safe, Ich-Safe, Bachelor-Safe. Ich hätte das nicht antworten können, obwohl ich safe bin. Ich habe noch nie Fernseher geguckt in Deutschland. Ich glaube, Ace ist es nicht. Weil Ace sagt Voting. Nach Carstenshow sagt Voting. Habt ihr mal. Das hat bei Carstenshow immer gebaut. Er sagt Öffentliche was? Was heißt das überhaupt? Für die Zeit? Okay, das ist einfach mal. Was? Dann mach mich nicht. Okay, ey. Maut den raus, ey. Sag, ich will das an. Jawohl. Wer war der im Postle? Ich will wissen. Ich? Ich hab doch gesagt. Öffentlich-Rechtlich ist nur ARD und ZDF. Er hat aber gelogen. Er hat aber gut gemacht. Ich sag doch, was ist das? Was ist ein Thema? Musiker. Musiker. Was bin ich? Ken Carsten. Ken Carsten. Okay. Hörbe. Ken Carsten. Äh, Ken Post. Ken Carsten. Zweifarbig. Tot. Tot. Ah, Mann. Ich hab' den Weckl-Tex. Oh. Das Ding ist, wenn ich sag raus, du musst nicht direkt zurückzugeben. Du kannst so sagen, was lagerst du? Du kannst auch sagen so, ja mit Tod meinte ich, dass deine Musikkarte heißt. Ja genau, also das Game geht ja um Gaslighten. Ich hab mich schon erst gehofft, wer was? Ich wollte eigentlich auf Ex so Dinger wegen zweifarbig, aber... Ich hab zweifarbig nicht gedacht. Ich hab jetzt verwirrt, ich wollte das Tridoni sagen. Ja klar. Okay, dann Thema Sportler. Usain Bolt. Hörer. Usain Bolt. Ja, los geht's. Hallo? Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Hallo, bist du da? Ich hab das in meinen Hohen gespielt. Ja? Äh, Imposter. Okay. Okay. Okay, ähm, schnell. Ace. Ic. Sportler Ic. Achso, das war Sport? Ey! Nein! 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 Ey, dieser Mann muss vom Government. Ey, mach den Typ nicht wieder Imposter einfach. Ey, dieser Mann... Ey, er sagt Ic. Ey! Er sagt einfach das Erste, was ich da drauf einfällt. Er weiß nicht mehr... Das kann ich ja nicht erwähnen. Er muss auf drei Nimmst Menschen dieser Welt sein. Ja, wir haben... Ich hab vergessen, das ist das Thema, deswegen. Oh, 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 oh. Und was ist hier auch um Ic? Schnell. Ha, 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 ha. Nicht Ihren Autos, sondern Ic. Ey, ey. Er weiß dennoch. Er hört schnell Ic. Er hört schnell Ic. Er hat immer noch... Er hat immer noch keine Fahrerkarte, die sich holt, um nach Hause zu fahren. Er bleibt hier. 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 Er wohnt hier. Ich hab schon gesagt, ich werde hier einziehen. Was ist Thema? Streamer. Ja, was finde ich? Oster. Okay. Thema ist Streamer, Mr. Ic. Wie sagst du gleich Ferrari sagst oder so? Aiden Roth. Jurghurt? Wenn es zu lange dauert. Ja, dann vergesst das Thema wieder. Aber jetzt weiß ich... Aiden Roth. Okay. Aiden Roth. Ja, äh, Aiden Roth. Okay. Aiden Roth. Aiden Roth. Ja. Ich? Ja. Achso. Ich weiß was Streamer sagen. Äh, ich mach mal keils nicht. Okay. Bench, sag mal du, was du so gut gesagt hast. Byron. Bruce, drop him off. Freestyles. Donald Trump. Okay, jetzt wissen wir nicht gespannt. Also scheiß mal nach oben. Jetzt wissen wir nicht gespannt, dass wir ausfällen. Also, du hast Freestyle gesagt. Ja. Ja. Was ist das? Ähm, nicht... Ich bin zu müde. Ich hab eine Frage. Ist irgendwie Emote only? Ja. Ich hab eine Frage. Ja. Sag viral. Welcher Streamer ist nicht viral denn jetzt sagen würde? Ja, okay. Die hätten auch keine Ahnung was sagen müssen, Bro. Warte, warte. Guck mal. Was hast du das gesagt? Kaisenet. Was meint er? Viral. Viral. Weil jeder Streamer ist viral. Ja. Ja, nein. Du nicht. Boahhhhhhhh. Was hätte er jetzt auch mit Kaisenet zu tun? Jeder, der mit Kaisenet connected ist, ist es viral. Ja, ich bin es gleich wieder. Nein. Nein. Danke, Dave. Ich bin kurz zum Viral. Ich bin trotzdem Badger. Mein Volk ja Badger. Meiner auch. Ich bin Badger. Nee, ich war's. Na. Also hast du Poste. Schlecht gegen guerstleitet. Ja, ja. Das Problem ist, Neutschis sagt ich. Du sagst auch ich. Und er ist zu slow, um zu denken, sagt was ihr sagt. Ich hätte auf Ace schieben können, hätte es auch sagen können, wenn er schon bei IC an schnell denkt, denkt er auch bei Streamer in Kaisen F. Ja, deswegen. Dann Thema wieder Sportler und du bist Neymar. Okay, bad. Neymar. Jürgert. Jürgert. Neymar. Okay, okay. Hallo, hallo. Imposter. Wie dicke Rastatze. Neymar. Ist am Anfang, ne? Ja. Herrkatz. Prinz. Der ist Sportler. Ja. Ja. Prinz. Ähm. Bro, mach deinen Kopf mal runter. Nudel. Goat. Favela. Warte mal. Einmal Goat und einmal? Prinz. Hä? Nein, das muss Berat sein. Was ist Goat? Noch eine Runde. Ich bin. Ah, bei der Wirtschaft. Dunkelhäutig. Hä? Mettel? Okay, warte mal. Er ist nicht dunkelhäutig, aber der ist so gebräuntmäßig. Nickelhäutig. Ach, okay. Ich höre ich heute schon. Pigi. Schnell. 5 Sterne. Okay, jeder weiß jetzt. Okay, scheiß drauf. Jeder weiß. Ich sag was. Zwischen Netto und zwischen Ace. Was? Das ist Berat. Er sagt Goat. Ich wollte auch mein Wort zu haben. Ja, ja, ja. Ja? Capital Bra. Ah, okay. Samra. Du bist doch eh schon ein Mensch. Samra. Guck, er checkt mich. Knopfsch ist. Was ist Samra? Was ist das zu tun? Samra hat nichts mit... Ja, ich weiß. Netto ist es. Samra hat nichts mit diesem Fußball zu tun. Er sagt Goat. Er sagt Goat. Er sagt Goat. Was hast du zuerst gesagt? Der Prinz. Der Prinz, der nie ein König wurde. Oh, Lokidor, Lokidor. Verschwendetes Potential. Lokidor, okay. Nein. Was ist Goat? Er sagt Goat. Er sagt Goat. Goat ist doch der Beste. Er ist schon sehr sehr traf. Er ist ja nicht der Beste. Oder aber... Ich wäre Berat. Sein Dribble Game? Goat! Ja, aber es ist Facts. Goat. Ich sag auch... Ist mein Wort hier an Berat. Ich sag mit Berat. Er sagt nicht zu Goat. Er war Himmel, aber nicht Goat. Ich meinte, ist das Ace oder so? Nein, Ace. Aber der wäre ja niemals vermiedert gekommen. Denk nicht so weit. Ich sag Berat, weil er sagt so... Dribble Game? Ja, ja. Dribble Game. Dribble Game. Dribble Game. Das war ja dein Mal so aussehen. Ja, ja. Aber du warst der Pastor. Ja, ja. Nein, ich hab erst richtig spät gecheckt. Wunder, dein Dribble Game. Guck mal, Goat heißt doch gerade nur Messi. Wenn du auch an die beiden legst, dann benutzt du ein Wort, was nur auf die beiden zutrifft. Nein. Oh, das ist nur Messi und Romero? Wer ist jetzt auch Goat für dich? Franz Beckenbauer. Ja, okay. Aber es gibt's mehrere, sagen ich so. Es gibt mehrere Himmelskis. Sag mal noch einen. Warte auf die Dribble. Das ist kein Gold. PD. Das ist kein Gold. Kein Gold. Ich hab mehr Profi-Toast als PD. Was ist das Thema? Rapper. Reezy. Rapper. Oh mein Gott, wirklich. 847 auf dem Mic. Ja, Reezy. Ich fang an mit Ass. Lineskin. Aschhaf. Weißweig. Okay, ihr habt alles verraten. Eichelig. Du bist so dumm. Eichelig. Ey, du weißt immer noch nicht wie schlecht ist dieser Imposta. Mach irgendwas Wunderfälliges bitte. Drake. Jetzt kommen wir jetzt. Mach mal. 6pm. Aschhaf gehört echt so schlecht. Ey, Digga. Oh mein Gott. Ey, ich glaubte alle. Ich glaubte alle schnell fertig für. Also was. Ein und zwei Mal gesagt haben. Dick. Und das ist ja auch noch. Ich sag Sonnenschein noch. 100% Ace. Was ist das erste Wort? Light Skin. Was bin ich? Du bist Light Skin. Du bist nicht Brown Skin. Ich bin Light Skin. Ja, du bist nicht Brown Skin. Dann ist er kein Light Skin. Der ist so dunkel wie du, Junge. Nein. Der ist zwischen uns. Der ist so Brown Skin. Der ist Brown Skin. Der ist die Definition eines Brown Skin. Ich weiß nicht wie dunkel er ist. Ich dachte er ist Light Skin. Okay, was war das andere? Das ist gefährlich. Nach Drake ist das 6pm. Aber warum hat er das so gut gelogen? Also eigentlich kann er das nicht. 6pm am Aschhaf. Aber er könnte niemals überlegen. Wäre der Ace nicht. Wäre der Ace der Imposter? Hätte ich schon längst gesagt. Ja, ja. Aber der Typ kann nicht so gut lügen. Der ist nicht so gut. Aber der Imposter darf nicht sagen, dass er der Imposter ist. Und denkst du Ess? Von 10 Minuten hat er jetzt das Spiel verstanden nach 10 Minuten. Hä? Ich hör Ess das noch wirklich nicht. Schau mal. Bachelor. Was war denn das? Drake gesagt. Er ist so ein Drake. Aber er ist als erstes. Das heißt, kann man immer sagen. Du kannst immer sagen. Ja. Du sagst Deutschland oder Amerika. Ich sag Bachelor. Sag der nicht so kackst. Ich. Ich sag ganz scheiße. Wer soll das? Was soll das sein? 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 Der erste ist Aschhaf. Ja, okay, okay, okay. Wir drei sind safe. Das ist so ein Scheiß. Als zwischen die beiden. Ja. Was soll das sein? Ich sag mal, ich kenn einfach Reezy nicht. Oh. Das ist egal. Das ist egal. Ja. Und warum sollte Bachelor als erstes bei Reezy Arsch sagen? Also. Der Arsch ist. Was soll das sein? Was soll er das sagen? Du? Na, ich will nicht mal ein Poster sein. Na, aber guck mal, Arsch kannst du bei jedem sagen. Nein. Nein, Arsch kannst du bei jedem sagen, weil du kannst immer so lange. Ja, du kannst. Ja. Ja, der ist Arsch. Okay, Bachelor ist so dumm. Ja, aber ich will mich beschuldigen. Ach, aber bitte auch ganz korrekt. Wer bin ich Imposter? 100%. Ich bin es nicht. Ich schwöre. Und ich schwöre. Reezy. Ich schwöre. Hey, ich schwöre. Hey, ich schwöre. Ich bin Reezy. Ja, also. Wie ist das? Ich find den Arsch. Wer ist das? Hä? Also, welcher hast du rausgebrochen? Wer ist der Imposter? Achso, ich. Warum ist der immer so gut? Ich habe gegessen. Bro, der ist nicht. Was ist das? Der hat 80 Wörter gehört bis zu. Bro, wenn ich. Wenn ich. Wenn ich. Wenn ich. Das der Imposter ist. Und hier fängt es an, dann ist es. Ja. Ihr müsst das schwerer machen. Also so. Deswegen habe ich auch Ass gesagt. Thema ist wieder Musiker. Was bin ich? Imposter. Kanye West. Ich hab Scheiß gesagt. Kanye West. Kanye West. Kanye West. Oder Erdbeer. Hey, ich muss einfach. Goat. Ich kann trotzdem mal Goat sagen zu allen. Nämlich. Bipolar. Freizügig. Pablo. Afroamerikaner. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Er hofft noch so. Eine Wunde ist unaufällig. Ich sage unaufällig. Es ist nichts auffällig. Ganz unaufällig. Glatze. Avengers. Twix. CNN. Soll ich mal was ganz Crazies sagen? Okay. N-A-Z. Oh mein Gott. Oh nein. Wir sind aus dem Deutschland. Wir haben keine Ahnung gehabt, Freunde. Also ich sage, jetzt weiß es, wer es ist. Aber was? Hä? Durch die drei Sachen jetzt? Ja. Durch Avengers, Twix und... Vielleicht kenn dir diesen Twix-Meme-Clip. Ich kenn den nicht machen. Ich kenn den nicht machen. Ich kannte das mit Avengers auch nicht. Ja, weißt du, das kenn ich auch nicht. Ich doch nicht. Ich kann gleich erklären, aber... Also sagen... Ja, das weiß ich nicht. Bist du wirklich so... Ja, nein, nein. Ich bin nicht so dumm schuldig. Einfach so krass. Ja, 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 ja. Weiter machen wir Rose. Nein, ich wüsste eh Arschweiß. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? N-A-Z. Du bist jetzt auch immer Adelaide ein Rapper ist. Du bist jetzt auch immer Adelaide ein Rapper. Ja, aber... Du bist dann ein Rapper. Ach schon, okay. Jetzt bist du weißt, wer Apostas ist. Ja, wir müssen ja Europa gehen. Also. Also. Alle waren zu gut. Aber okay, nein. Bei euch hab ich nicht verstanden. Was ist das? Was Twix und Avengers? Ja. Und davor hab ich immer gesagt. Vor Twix hab ich gesagt. Freigezügig. Das hab ich ja nicht verstanden. Warum? Ich hab's auch nicht gecheckt. Hab ich auch nicht ganz gecheckt. Habt ihr jemals seit ein Jahr Sachen von dem Typen mal gesehen habt? Oder er ist nicht freigecheckt. Aber er ist nicht überschätzt. Aber er ist nicht überschätzt. Ja, okay. Sie ist immer nackt. Man sieht sich nur glauben. Deswegen hab ich sich so komisch angeschaut. Ja. Ja. Wer ist jetzt? Ich bin für... Vielleicht ob Mötze so nahe hineingecheckt hat. Oder von Anfang an. So. Welcher Rapper ist freiglich gut. Nur komische Menschen nehmen den den Gurt. Kani? Kani! Wir wissen alle, da geht das an. Kani! Bitte. Wir wissen alle, es geht um Kani. Aber es geht darum, wer hat es am Anfang nicht gewusst. Achso. Ja. Oh. Was hat das? Ich? Ich bin wer, ich. Ich bin wer, ich. Ich. Wer ist noch für Ace? Ja. Nix auf dem Kopf. Ich sag Gold und Glatze ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ey. Ey. Goat? Ey. Ey. Digga, ich sag Baby. Ich sag Baby. Du sag ABBY. was er gesagt hat. Egal, egal was er gesagt hat, du kannst dich für mich überroten, wenn du deswegen dann verlierst. Oh, hä? Ey, wirklich? Was? Ja, ey, zwei für Deutschland, zwei für mich. Also er ist der entscheidende. Nein, der entscheidende ist, es ist zwei, zwei und du machst dein Wort auf mich. Ja, dann war ich nicht spannend. Nein, es ist zwei, aber ich dachte, er macht es spannend. Aber wenn ich dich vote, ich stelle mich dann? Nein, dann war ich nicht spannend. Du stirbst sowieso nicht so. Ja, aber ich meinte, es wird immer noch nie aufgelöst werden. Was ist spannend? Wie kann dieser Mann überhaupt... Ja, okay, was meint er, damit ich noch mal weiß? Er meinte... Afroamerikaner und N-A-Z. Und was nicht Afroamerikaner gefühlt? Ja, sorry. Für mich ist das mehr battle als fucking Twix und Avengers. Ich kann dir erklären, warum Avengers, weil... Ja, aber wie soll ich das dann sonst ins Zusammenhang mit Kanye West bringen, wenn ich das... Okay, 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 okay. Es ist was für Spaß, du musst es erklären. Ja, ja. Pete Davidson hat sich ausgerechnet und dann hat er so Avengers Civil War, wo er den... Was hörst du? Twix? Twix, weil es gibt ein Meme, wo er über Twix so philosophiert, wo er am Flughafen so entlangläuft. Ja, 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 er sagt so, was packen die in den Twix? Ja, wenn ich so deep über Twix rede, so als hättest du... Ja, ja, die machen das größer, die wollen, dass die dick werden. Wie brauchst du denn? Ich, immer noch. Das ist so doof. Ey, das ist so doof. Ey, das ist so... Es ist 2 und 2. Warum nicht? Ja, warum solltest du ihn wählen? Okay, aber ihr habt alle verschammelnde Twix. Ihr kennt es alle, anscheinend. Ey! Ey, bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Der muss die gute Zeit sein, der muss die gute Zeit sein. Das kann nicht echt sein, das ist kein echter Mensch sein. Ich war Dave Boster. Okay. Ich hab Afroamerikaner gesagt, weil... Jeder hat Dings. Ja, so 50-50 schon. Oder eigentlich 80-80 schon. Weil er hat Goat gesagt. Wir würden nicht sagen, ein Weißer ist ein Goat. Sag mir, ein Weiß ist ein Goat.